Musik 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 - Und zum Schluss die AKV aus dem Abnerhub. Ein paar Grußworte an das dergische Volk zu richten. Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des AKV aus dem Abnerhub. Ich lade euch heute Morgen im Namen des Allerwasserts Heide, recht herzlichen Grüße und Wünsche überbringen auf eine gelobene Veranstaltung, die ihr seht jedes Jahr hier in Asperger, voll Sicherheitskonzept, voll aus der Not und ich stelle in diesem Teil auch die Plinzengabe. Wir sind uns ganz, ganz toll und unterstützen euch, Partei und stehen vor hinter euch. Liebe Gäste, lasst uns ausrufen. Auf den AKV lachen wir. Ein weiteres AKV? Jao! Jao! AKV? Jao! Wir haben hier ein extra Wunsch in der Asperger in der Asperger in der Asperger, wir haben hier die Besucher in der Asperger. Wir haben hier 300 Stats des Stabroth geboren und an der Anneln. Er ist ein extra Wunsch in der Asperger in der Asperger. Wir werden hier in die Flöger, die Zellige mit auf, und ich stelle in die Rampingen in Asperger, und ich bin ein paar Jahre hier, und ich bin ein paar Wunsch in der Asperger! Jao! Gartenlieger! Gartenlieger! Was ist das? Ich begrüße Sie als Kena-Kommandant der Kena-15-Gaden-Krinzen-Mann-Bot-Reich beim Gartenlieger in Aspern einen Dank an. Gartenlieger! Gartenlieger! Liebe Ämten, gibts ein Nacht! Ich hab euch etwas mit Jürgenbach und mich Prinz René den Ersten. Ein ganzes langes Jahr muss ich auf diesen Abend warten. Und jetzt ist er gekommen. Hier steht euer Füß! Ich steh' hier parat bei unserer Fünftelat. Wir bringen euch die Freude, das ist doch Sonnenklar! Rot und Weiß sind meine Farben. Rot und Weiß ist mein Verein. Rot und Weiß, so wird mein Leben immer sein. Und von den Wehrold, der das Rundhorn gebracht hat, der Fünftelat den Giesberger Fission zu machen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken und dreifach Treffen mit AKV Stadtgarde-Düsseldorf Kinderprinzipar Wo wir heute stehen, ist das Kinderprinzipar anstatt Dopp. Und ich möchte mich jetzt einmal ganz herzlich den Kinderprinzipar gratulieren. Ich weiß noch was gestern Geburtstag. Ich möchte mir mal ganz kurz sagen Happy Birthday! Das ist ein Ja! 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 Ja, die Gertrück ist im Moment beschäftigt. Ich werde Ihnen den neuen Namen überreichen. Okay? Macht mal dazu. Auch wir sind natürlich nicht in Ihren Händen da und möchten Euch ein ordentlicher, ja eh in dieser Session genug, ein kleines Geschenk überreichen. Einmal für die Prinzessin, bitteschön, einmal für den Prinzen und natürlich auch den Heron. So, und jetzt übergebe ich Ihnen nochmal das Wort der Prinzen und möchte noch was sagen. Jetzt haben wir für Euch die Mini-Pump Acker-Pump. Einmal Geschenk Untertitelung. BR 2018 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 Und ich muss sagen, lieber Düsseldorfer, den besseren Kommandanten könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil er ist ein echter Aspardener Jung. Aber es ist ja so, und wir haben mitgebracht nicht nur die E-Gardewehr Düsseldorf zu Düsseldorf, wir haben mitgebracht die Bürgerwehr mit ihrem Stadtkommandanten Peter Scheer. Mein herzliches Hallo, große Landeschance von Düsseldorf, sendet die Düsseldorfer-Modlerwehr das Ernest-Kommandanten-Kommandanten-Kommandanten-Saufschlag. Wir sind gerne mit unseren Freunden, wenn er gerne hier an die Hände kommen, wünsche ich euch erteilen, ich wünsche euch viel Spaß und uns freut und wir wollen einfach mal starten und wollen die Hütte hier strubbelig machen. Ich denke, ihr macht mit. Los geht's! Musik 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 Ja, meine lieben Damen und Herren, das waren sie, unsere Teenies. Musik 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 Ja, meine Damen und Herren, das waren jetzt schon von oben, das Kunst-Ubar aus Siebkewald, Kunstheft der Erste und Prinzessin Mühnecke. Hartlich Willkommen! Guten Mittag, Asperlen! Erstmal ein einfaches Asperlen, herauf! Asperlen, herauf! Beste Wieners, herauf! Musik Ja, inderdaad, liebe Menschen, wir sind al heel lang hiergekommen. Auf den 13. Jahrlebengang habe ich schon gesehen. Und wir kommen auch al heel lang hier. Ich glaube, dass wir so'n 15 Mal hiergekommen sind. Und jedes Jahr ist es wieder ein großes Fest. Und jedes Jahr ist es wieder ein großes Fest, ganz toller Party! Hier geht gleich um 11 Uhr die Stimmung ab. Hier ist es nie so langsam um, aber auch gleich Rappi-Demmi, mit neuer kürze Musik, ganz gut von Amerika und auch nicht mehr. Herzlich Willkommen! Ich danke euch und herzlich für die Einladung dieses Jahr wieder. Wir kommen hier heel heel gerne her. Und wir hoffen, dass ihr dieses Jahr auch bei uns zu Gast seid, weil ihr dieses Jahr der Stadtprinz habt. Und hier kommt, ihr seid herzlich eingeladen auf unsere Rezeption am 9. Februar. Stay! Was heißt und von sei Dank, Frau. throws dich ab. Wenn du so frühstückst, wenn du so willst, Tag und schwiegst du mir. Wird schön wiederkommen. Es sind immer gelacht, Wenn du mich ewig hältst, wenn du mich und für uns stinkst. Mein Name ist Tabak und ist... Ich mach mein Leben lang, ich schieß nach mir. Nach meiner Arbeit nur zu sterben. Nach der Gemeinschaft vorbei, fühlst dich in Friedenschein. Wow, was für eine Erfahrung! Vielen Dank euch! Ja, die und mehreren Damen, hier stehen sie das Koffer-Polzen-Fahrer. Ja, liebe Herren und Herren, hier den Aspult kommt alles auf die Bühne. Angeführt vom Tabakor in und iwilligst, die Tegis, die Funk, in der nächsten Saufen, und das Menge da! Ich hab schon gedacht, der Künstler der Künstler ist in Karmel der Knoß gelaufen. So lange hat das gedauert. Lieber Manfred, lieber Ingenieur, ich freue mich ganz besonders, dass ich euch hier heute Mittag begrüßen darf. Ich übergebe dir erst das Wort, lieber Manfred. Dankeschön, lieber Georg. Ich finde es ganz fantastisch, hier die guten Fotografie haben, das treibende Bierland. Es ist ganz fantastisch. Die Stimmung ist gut, die Leute sind gut drauf, das haben wir gelöst im Einzug. Es ist wirklich eine Marloweite, hier ein 10 zu Wirkung. Und das ist wirklich ein Glück, das ist eine Ehre für uns, dass Gott auf Wettbewerb in diesem Jahr ist. Es ist ganz fantastisch, die Halle ist voll und darum rufen wir aus, auf das Gartenweg, ein einfacher Spielagd. AKV, Gott, Dankeschön. Nehmt mir, ich bin eine charmante und wirklich eine augweilwerte Konzesse. Sehr geehrte Herr Bürgermeister, liebe Parteien, liebe Gönner-Unschversorgung, liebe Lehrerin und Damen, liebe andere Freunde, ich bin jetzt weiß, dass Sie auf den Garten, lieber Schnellbeller, es ist hier ein Dreibau, in der Gartenweg wieder ein, gerade wieder ein Sitz. AKV, super Stimmung! Ja, ja! Und wo ein Anfang ist, da ist noch ein Ende. Und darum möchte ich mich jetzt verabschieden. Tschüss, bis nächstes Mal. Ihr Sitzungspräsident Georg Hendricks. Dankeschön.